Einen wunderschönen guten Tag Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Reisevideo. Heute zeigen wir euch unsere Top-Tipps für eine gelungene Reise ans Tote Meer. Viel Spaß mit dem Video. Momentan schwelgen wir so richtig in Erinnerung und wir waren im Januar 2019 in Israel und wir haben irgendwie letztes festgestellt, wir haben das meiste oder fast nein, alles nur auf Instagram gepostet und wir wollten einfach total gerne so ein paar Tipps und noch ein paar schöne Eindrücke aus Israel auch auf YouTube teilen. Genau, weil wir hatten eigentlich noch ganz viele Videos, die wir mit euch gar nicht geteilt hatten und das wäre eigentlich mega schade, wenn das irgendwie verloren geht. Und ja, wir kommen direkt zum ersten Tipp und zwar ist es die beste Jahreszeit. Die beste Jahreszeit haben wir empfunden als Frühjahr oder Herbst, denn im Sommer wird es richtig heiß. Also um die 40 Grad, da kann man es kaum aushalten und man hat dort auch wirklich keine Abkühlung. Wobei wir sagen müssen, Pullis auf jeden Fall einpacken, oder? Ja, weil abends kühlt es total ab, aber leider trotzdem ist abkühlt die Mücken werden nicht weniger. Das war echt ein kleiner Flop, aber auf jeden Fall packt euch. Ein paar Pullis ein, denkt dran, auch im Totenmeer, die Temperatur ist echt ziemlich niedrig. Durch den hohen Salzwassergehalt wehren sich das Wasser auch nicht so schnell auf, deswegen auf jeden Fall ein paar Pullis mitbringen. Und fliegen nach Tel Aviv. Ja, und wer hat nur Hortens dabei und dachte, es ist warm? Sorry, ich dachte, es ist echt warm. Es solltet ja auch warm werden, vielleicht wird es ja morgen warm. Okay. Wir haben jetzt Abend. Ein paar kleine Facts, das Tote Meer liegt zwischen Jordanien und Israel. Wir haben uns damals für Israel entschieden, weil wir dort einen richtig günstigen Flug mit der Kemahia damals erwischt haben. Gibt es leider auch nicht mehr die Fluggesellschaft, aber wir sind dort für ein langes Wochenende hin und haben uns entschlossen, straight ans Tote Meer zu fahren. Und wenn ihr nach Israel fahrt, solltet ihr auf jeden Fall im Kopf haben, dass die das ein bisschen anders haben mit den Feiertagen. Bei denen ist Freitag auf jeden Fall nochmal richtig was los und Samstag ist echt tote Hose. Da ist nichts mehr los. Eine Freundin von mir war schon häufiger in Israel und Jordanien und hat auch gesagt, selbst die Aufzüge fahren dann nicht mehr. Die nehmen das wirklich nochmal richtig, richtig ernst mit den Feiertagen. Das heißt, deckt euch gut ein, wenn ihr über das Wochenende, über das lange Wochenende da hinfahren solltet. Dann deckt euch gut ein mit Lebensmitteln aus dem Supermarkt, weil es hat wirklich alles dazu. Genau. Ab Samstag alles Game Over. Shabbat Shalom. So, noch ein kleiner Reminder. Selbst die Restaurants haben am Samstag geschlossen. Es gibt nur ganz wenige Restaurants, die dann geöffnet haben. Von daher, keep that on mind und deckt euch auf jeden Fall am Freitag schon mal mit Nahrung ein. Die nächste ganz wichtige Sache, Leute, ist die finanzielle Lage. Und zwar solltet ihr unbedingt schauen, dass eure Kreditkarte für Israel freigeschaltet ist. Wir haben es am Anfang gar nicht gemacht und hatten voll den Scam mitgemacht. Und zwar haben wir uns dann, wir hatten eigentlich einen Mietwagen gebietet, dazu kommen wir aber gleich noch. Und haben den nicht bekommen, weil unsere Kreditkarte nicht funktioniert, erst am nächsten Tag. Das heißt, wir sind mit dem Taxi in die Altstadt gefahren. Und der Typ hat uns einfach 60 Dollar abkassiert. Der Rückweg zum Flughafen hat dann 50 Dollar gekostet. Also eigentlich ungefähr genau dieselben Kosten wie für einen Mietwagen, der uns drei Tage gereicht hätte. Naja, wir müssen ein bisschen draufzahlen. Deswegen keep on mind, dass die Kreditkarte auf jeden Fall funktioniert in Israel. Und was uns echt super positiv aufgefallen ist, wir wurden nicht irgendwie in irgendwelche Regen reingezogen und uns gesagt, komm, komm, wir verkaufen was. Sondern die Leute sind eher so Hippie-Surfer-mäßig drauf auf unsere Airways. So entspannt, so gechillt. Ja, total und wir haben uns richtig wohlgefühlt und ich muss sagen, auch als Frau, was jetzt einfach nur mal Fakt ist, ich habe mir einfach ganz klar gedacht, ja, könnt ihr auch locker so nachts auf die Straßen schlendern. Die Leute sind einfach nur super easy drauf und denken sich, glaube ich, jo, hänglos. Also das Ding ist so, wenn man auf dem Bazar ist, dann kommst du rein, kaufst du, wenn nicht, dann nicht. So Freunde, wir sind gerade auf dem Flohmarkt, der ist direkt bei uns an der Airbnb und hier gibt es richtig viele coole Läden mit so schönen antiken Sachen. Schaut mal, richtig cool. Vielleicht finden wir ja was für unsere Wohnung. Was ihr unbedingt noch auf der Agenda haben solltet, ist unbedingt den Hummus zu probieren und an jeder Straßenecke könnt ihr frisch gepressten Granatapfelsaft probieren. Richtig lecker, frisch vom Markt, solltet ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Kommen wir aber zur Unterkunft am Toten Meer. Wir haben uns eine richtig spezielle Unterkunft ausgesucht. Hatte einen kleinen Kostenvorteil, aber man muss auch sagen, dass die Unterkünfte in Israel am Toten Meer, zumindest von der Seite, wir haben später mal geschaut, die jordanische Seite hat ein bisschen bessere Unterkünfte, sind alle so im 70er Jahre Standard. Und wir haben uns gedacht, so komm, wir müssen irgendwas Abgefahrenes mieten und haben dann eine Airbnb gefunden, die, ja, was war das, Glamping? Campingwagen. Wir zeigen euch mal ein paar Eindrücke, wie wir das auf Instagram gefilmt haben und ansonsten verlinken wir euch die Airbnb nochmal hier unten. Das war richtig cool. Und kommen wir zum Thema Fotografie, Leute. Die Landschaft hat mich extrem gecatcht und das war eigentlich auch so mit Abstand der Grund, warum ich dorthin wollte. Erst einmal natürlich die Erfahrung im Toten Meer zu floaten, aber wir kommen gleich nochmal zu den Baderegeln dazu und was die Vorzüge sind. Aber die Landschaft ist einfach unfassbar schön. Man ist am tiefsten Punkt der Erde, den man begehen kann. Und das Wasser ist so krass. Türkisblau, ich weiß gar nicht, man kann es gar nicht beschreiben, man muss es echt gesehen haben. Und die Farben, die verändern sich im Laufe des Tages. Und normalerweise sage ich ja, ihr solltet mit dem Equipment auskommen, was ihr habt. Aber am Toten Meer lohnt es sich auf jeden Fall, ihn hier mitzunehmen, eine Drohne. Denn von oben sieht das Ganze nochmal viel krasser aus. Man sieht die kleinen Inseln, diese Salzkristallinseln. Man sieht viel besser auch die Farbe des Wassers. Gerade am helllichten Tag, wenn die Sonne sehr, 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 sehr im Zenit steht, dann kommt die Farbe des Wassers am besten durch. Und wir empfehlen euch auf jeden Fall, eine Drohne mitzunehmen und natürlich auch einfach mal den Moment zu genießen. Aber jetzt kommen wir zu den Baderegeln. Und ich muss wirklich sagen, als ich aus dem Toten Meer kam, habe ich mir einfach nur gedacht, was hast du für eine Babyhaut. Das war so wunderschön. Ich habe erst gedacht, okay, einfach nur fallen lassen. Man soll ja auf jeden Fall auf dem Rücken, also verkehrt herum sich ins Wasser fallen lassen. Und das war wunderschön. Danach war es einfach nur, die Haut war total babyhaft. Aber ich gebe euch auf jeden Fall einen Tipp hier an die Mädels. Nicht an demselben Tag Beine rasieren. Es brennt des Todes. Selbst wenn man irgendwo einen Mini-Ratscher hatte. Ich hatte, glaube ich, irgendwo, ich weiß gar nicht, nur eine kleine Macke. Und ich habe gesagt, oh Patrick, das tut so weh. Was ihr auf jeden Fall beachten solltet, ist, dass ihr das Wasser nicht schlucken solltet. Also wir haben im Toten Meer einen Salzgehalt von 33 Prozent. Und im normalen Ozean haben wir einen Salzgehalt von 3 Prozent. Das heißt, es ist schon mal 30 Prozent mehr. Und ehrlich gesagt, es fühlt sich komplett anders an als normales Wasser. Man fühlt sich so, als würde man in Olivenöl baden. Ganz, 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 ganz straight. Wenn man rauskommt, die Badehose, der Badeanzug ist komplett, also so voll gesaugt und schwer. Ja, eine ganz andere Erfahrung mal zu baden. Aus diesem Grund solltet ihr auf jeden Fall auch noch eine Flasche Wasser mitnehmen. Denn ihr dehydriert, wenn ihr im Toten Meer schwimmt. Man sollte auch, glaube ich, maximal nur 30 Minuten schwimmen. Und vor allem auch vermeiden, das Wasser zu schlucken. Denn das kann auch manchmal tödlich wirken. Wir wollen euch nicht Angst machen, aber keep in mind, dass ihr das Wasser auf jeden Fall nicht schlucken solltet. Und falls ihr das mal probieren solltet, dann schmeckt es echt mega verdammt bitter auf der Zunge. Und es kribbelt und tut irgendwie auch schon ein bisschen weh. Ja, ich finde auch, dass es brennt. Und wir haben halt einfach beobachtet, dass viele Leute, ja, wir haben erst gedacht, oh mein Gott, sind die leichtsinnig. Aber du hast halt einfach gemerkt, die sind so unerfahren. Die sind einfach so reingegangen, als wenn man schwimmt. Und wir wollten ja auch zu dieser kleinen Insel, wo der Künstler diesen Baum hingestellt hat. Und ich habe dann erst einmal gedacht, ich schwimme, ich schwimme. Ich bin ja gar nicht vorreimgekommen. Ich dachte irgendwie, ich bin schon 80 Kilometer gefühlt. Nein. Mit der Flasche Wasser könnt ihr natürlich auch euer Equipment reinigen. Denn ihr werdet das Salzwasser überall an den Händen kleben haben. Und das ist nicht so, dass es einfach mal weg geht oder dass ihr das abreiben könnt. Nein, es bleibt einfach schlichtweg kleben. Deswegen unbedingt die Wasserflasche auch dazu nutzen, vielleicht die Hände zu waschen, wenn ihr Kamera-Equipment mitbringt. Und dann auch noch natürlich ein kleines Handtuch, womit ihr eure Hände abtrocknen könnt. Und ihr müsst euch überlegen, nicht nur das Wasser, sondern auch wenn ihr auf den Boden lauft, also kurz vor dem Wasser, das ist eine unheimlich scharfe Salzbrüste. Also nehmt euch echt Flip-Flops mit, weil das tut super weh an den Füßen. Und Patrick hat wenigstens nicht so Schmerzen gehabt wie ich, aber ich hab... Ich wollte gerade sagen, ich bin ja eigentlich relativ unempfindlich, was das angeht. Also ich kann auch richtig auf heißem Beton laufen. Aber da dachte ich mir so, scheiße, ich laufe auf Rasierklingen. Also diese Salzkruste, die ihr an dem See vorfindet, die sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen und bringt auf jeden Fall entweder Flip-Flops mit oder irgendwelche Bahre-Schuhe. Das würden wir euch auf jeden Fall empfehlen zum Schonen der Füße. Und wir wünschen euch einfach viel Spaß am Toten Meer. Leht euch einfach zurück, entspannt euch, genießt die Ruhe und genießt einfach den wunderschönen Sonnenuntergang, der einfach nur Farben war von Pink und Rot. Das war echt traumhaft. Wir würden, glaube ich, nochmal gerne als Toten Meer fahren. Wenn wir euch raten können, dann auf jeden Fall zumindest für zwei Tage hinzufahren. Wer fotografieren möchte und wer Drohnenaufnahmen machen möchte, sollte vielleicht noch einen dritten Tag einplanen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao!